Radio 91.2. Nur der BVB. Aber nur der BVB. Ja, Borussia Mönchengladbach, heute kommt die Pöder-Vorschau aus Sardinien. 28 Grad, Bier ist auch kalt, schön in die Glatze hauen, macht ihr nicht Bock hier. Habt das Spiel mit zwei Stachelrohren auf meinem Sechs-Soul-Handy in der Bucht von Golf oder Ranchi geguckt. Ja, was soll ich sagen? Hier, Uschi aus Essen-Borbeck, die sagte mal zu mir, nach einer durchzechten Nacht, er sah zwar aus wie eine Schippe, aber war willig wie Lassi. Ja, genau so haben wir auch gepolt gestern. Nur die drei Punkte, die war klasse, aber sonst war auch echt viel Stolperstulle. Hier, unser Capitano, Reus, Reus, was ist los, du warst so auffällig, wie so Streckenposten in der Formel 1. Aber mittwochs, wenn kein Rennen ist, deine Laufwege, hör mal, das sieht aus wie die Reise nach Jerusalem. Und was gar nicht geht, das ist dein Abwinken. Kapitäne winken nicht ab, Kapitäne bluten, haben zerfetzte Trikots und haben Päschen in der Binde. So wie unser hier, unser Hacker Kimi, der ging richtig ab, überragend. 35 kmh schnell, 15 Kilometer gelaufen. Hör mal, der Bolide, der musste gleich nach dem Spiel zur Inspektion. Ja, und sonst, ja weiß ich nicht, hier der Trainer hier von Slivovic-Brag, wie hieß der noch hier? Tepaschowski, der hatte recht. Das war Augenhöhe mit Borussia, das kann nicht sein. Nur Bumbum Bürki, ja, der hat uns schön den Arsch. In der Turnhose hat er uns gerettet. Mensch, da muss mehr kommen. So, jetzt geht's nach Freiburg, ja. Hör mal, die machen einen Riesenjob. Die haben Etat, wie unsere Standheizung im Mannschaftsbus, ja. Aber, glaubt's mir, die haben einen Trainer, die haben den besten Trainer ever, ever in der Bundesliga. Einer der Besten, bin stolz auf Streich. Hätte ich auch gerne mal gehabt bei Borussia, ja. So, ich bin mir sicher, mit der Leistung bei Slivovic-Brag, da knallt die uns aus dem Preisgau, ja. Hör mal, da muss, da muss eine Menge mehr Pace im Stutzen kommen. Wir müssen die Pucke viel besser, viel besser laufen lassen. Mehr Selbstvertrauen, dann klappt's auch wieder, ja. Ich bleib noch ein bisschen Sardinien, bis Samstag wieder zu Hause. Also, ich will stolz sein, denn es gibt nur eins, es gibt wirklich nur eins. Nur der BVB, aber nur der BVB. Radio 91.2, mein Dortmund.